So wie wieder, hallo, das ist die Konstruktion von der Warnweite, heute mal, ihr seht, es ist eine ungewohnte Perspektive, ja, weil wir sind in meinem Büro mal eben nicht auf diese Sicht gewechselt, sondern ich will euch mal eine kleine Roomtour geben, weil ja, in den letzten Jahren hat sich hier ein bisschen was getan, vor allem, ihr habt das Zimmer nur komplett leer gesehen in der letzten Roomtour, das ist schon ein paar Jährchen her, und seitdem hat sich, wie gesagt, hier ein bisschen was geändert, und ich will euch einfach mal zeigen, wie ich denn so gewissermaßen arbeite. Man muss vorweg sagen, alle Leute, die Kabelkanäle und Kabelmanagement geil finden, ich finde es auch super satisfying anzugucken, aber ich bin überhaupt kein Typ dafür, für die könnte es ein bisschen schwierig werden, ich sage hier und da einfach Bescheid, wenn ihr da mal kurz weggucken sollt, damit es keinen Herzinfarkt gibt, das möchte ja keiner, es funktioniert bei mir und ich bin damit happy, und ja, wie gesagt, ich finde geiles Kabelmanagement auch sexy, aber ich habe da einfach keinen Nerv für, ich bin im Kopf und auch grundsätzlich bei meiner Einrichtung immer so ein bisschen chaotisch, ich glaube, ihr seht das in der Halle und das setzt sich hier auch fort, also ich lebe jetzt nicht im Müll, aber ich bin ein bisschen wert, irgendwas so rum aus, irgendwie funktioniert die Kreativität bei mir besser, und was auch sowas ist, Thema Hardware, ich bin nicht, ich habe jetzt nicht die krassesten PC, ich habe da keinen 5.000, 6.000 Euro PC, das werdet ihr gleich alle sehen, weil ich war immer noch so, ich bin immer so eingestellt, ich nutze alles so lange, wie es funktioniert, und solange ich keinen Grund dazu abgehenden, mache ich es auch normalerweise nicht, weil es gibt auch genug, die einfach jährlich neue PC-Teile kaufen, bei mir ist es so, solange es noch nicht brennt, funktioniert es noch, aber ich, wie gesagt, zeige euch jetzt mal ein bisschen das Setup, zeige euch mal ein bisschen, wie ich hier arbeite, sowohl für YouTube-Kanal als 05 und den ganzen Kram, und joa, die Perspektive hier, die werdet ihr, denke ich mal, am meisten kennen, weil das ist ja eben der Backcourt vom Streaming und YouTube, und die Perspektive, ja, das ist eben meine, wie ich hier sitze, mein komplettes aktuelles Setup, wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz unterm Schreibtisch, wie gesagt, für alle, die Kabelmanagement geil finden, kurz wegschauen, wird unangenehm, da habe ich meinen Aufnahme-Gaming-PC, da meinen Streaming-Aufnahme-PC, und das sind, wie gesagt, die vier dazugehörigen Monitore, die drei unteren, die sind an dem Gaming-PC angeschlossen, der obere, der da an dem Monitor-Arm ist, ist eben der vom Streaming- bzw. Aufnahme-PC, und das ganze Setup ist so gelöst, die beiden äußeren, die kommen direkt an den PC, der mittlere, der kriegt sein Signal aus der Capture-Card vom Streaming-PC, also ich gehe von dem PC zu dem PC und dann an den Monitor, dadurch, seht ihr, kann ich hier schön den Monitor abgreifen und, ja, kann damit das Ganze capturen. Vordergrund von so einem 2-PC-Setup ist, dass die ganze Hardware-Power, die fürs Streaming oder eben fürs Aufnehmen benutzt wird, ja, komplett von einem PC ausgelagert werden kann und mein Gaming-PC sich einfach nur ums Zocken kümmern muss und da eben nicht Power flöten geht. Ich werde euch auch mal die Eckdaten von meinen PCs und die Videoschreibung packen. Ich habe jetzt nicht genau Ahnung, was nochmal bei mir gebaut ist. Ich merke mir sowas nicht. Funktioniert dementsprechend, ich schreibe es euch aber unten rein, da könnt ihr mal ein bisschen durchgucken. Auf jeden Fall, damit spart man sich viel Hardware-Power. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich kann es wirklich nur empfehlen, so ein 2-PC-Setup ist wirklich peak. Und der große Vorteil ist, ich kann eben auch, ja, meine Konsolen exakt identisch aufnehmen, weil die gehen auch in die Capture-Card, heißt, ich habe ein und dasselbe Setup, egal ob ich Konsole oder PC aufnehme, das tut sich nichts, das ist komplett identisch und damit habe ich einfach nur gewissermaßen solche HDMI-Switches eingebaut, mit denen ich einfach das Signal wechseln kann. Einerseits kann ich den Monitor dann auf den Monitor am SimWig rüberblenden, zeige ich euch gleich. Andererseits kann ich auf dem Monitor dadurch aber auch eben die Konsolen anzeigen lassen und, ja, dementsprechend, ja, das ist so ein bisschen mein Aufnahmesetup. An sich sind das hier 32-Zoll BenQ-Curved-Monitore. Hier oben ist ein LG 4K, nicht, weil es nötig ist, sondern weil ich ihn noch rumliegen hatte. Ja, das ist jetzt ein 4K, aber wie gesagt, also, der ist da oben komplett overused, also, der hat gar keinen, also, der ist wirklich, die 4K sind da oben überhaupt nicht nutzvoll, weil ich mache mit diesem PC wirklich nur das, also, OBS ist an. Mehr macht dieser PC nicht, mehr ist er nicht dafür da, weil Rändern mache ich auch auf dem, weil mein Gaming-PC natürlich einfach ein bisschen mehr Hardware-Power hat und dementsprechend ist er halt wirklich nur fürs Aufnehmen. Danach kommen die Dateien direkt auf den Rechner und werden dann hier auch wunderbar verarbeitet. Ja, was habe ich sonst auf dem wunderbaren Schreibtisch drauf? Wireless-Setup von Logitech, weil ich bin mittlerweile Riesenfan einfach von Wireless Monster Satur. Die Sachen von dem Stream-PC sind halt auch schon älter, aber wie gesagt, sie werden halt eh kaum genutzt, dementsprechend muss da jetzt auch nichts High-End-mäßiges sein. Dann haben wir das Pro-X-Headset von Logitech auch als, ja, Wireless-Methode eben zum Kopfhörer, Musik hören und zocken und alles, was man am PC macht. Ich weiß nicht, warum ich genau auf Musik hören und als erst gerutscht bin. Wir kommen in meinem Gaming-Sapper, hier höre ich Musik. Ja, nein, aber egal. Egal, auf jeden Fall. Dann habe ich noch mein egales Stream-Deck, da muss auf Dauer mal ein größeres her, beziehungsweise das wird dann natürlich aufs Simple-Grandon und ich hole mir ein größeres hierfür. Da hast du hier Controller, ein bisschen Kabelzeug für aufladen, weil, naja, alles Wireless muss halt auch aufgeladen werden. Dann die wichtigsten Sachen, um es zu überleben. Kaffee und Holy, Größe gehen raus und dann noch hier ein bisschen Festplatten rumliegen, einen USB-Hub, wo man halt nochmal externe Sachen anschließen kann und dann noch so ein bisschen Klimm-Bimm. Hier einerseits, ein Hoptimist heißt das Ding, habe ich damals von meinen Eltern aus jede Marken mitgebracht bekommen. Warum heißt es Hoptimist? Weil es ist kein Hoppeln und es soll Optimismus streuen. Ich weiß nicht, warum es das tut, aber es ist egal. Und dahinter noch so als kleines andenkende alte Brille von meinem Opa, die wir noch im Skoda Fabia gefunden haben, den ihr vielleicht auch noch kennt. Ja, die lag noch im Fabia drin und ja, die liegt jetzt hier mal im Schreibtisch. So als schönes kleines Andenken, ich denke mal, ganz nett. Ja, das soweit zu den Sachen. Dann haben wir hier oben noch die Elgato Streamcam, da mit meiner Fresse da ist. Da seht ihr, da oben ist die. Warte, winke, winke. Dann Elgato Keylight. Es ist halt wirklich das 015-Stream-Setup. Es ist fuck, Alter. Es ist komplett Elgato, aber es funktioniert einfach super. Man muss halt einfach sagen, das Ecosystem von denen ist einfach insane gut. Du kannst damit geil arbeiten, du hast damit keinen Stress und dementsprechend bin ich halt hier komplett mit dem Elgato, weil es halt super ist. Und dann haben wir hier noch mein Blue Yeti X, das ist mein Mikrofon, so ein USB-Mikrofon. Ich habe jetzt kein krasses Mischpult. Langt für das, was ich mache, aber finde ich vollkommen aus. Haben den Blue Yeti Mikrofonarm, der ist ein bisschen teurer, also für den Mikrofonarm. Das Mikro wiegt aber viel und der Arm ist super flexibel und vor allem stabil. Ich hatte vorher mal günstige Alternativen, die arbeiten dann aber ein bisschen, wie sie mitwollen und egal, welche Position ich dir bringe, er bleibt da. Und das ist super, super sexy, muss ich einfach ganz klar sagen. Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall so mein Gaming-Setup und Aufnahme-Setup. Ja, hier sitze ich tagtäglich und bespaße euch. Also, ich versuche euch zu bespaßen. Drücken wir so rum aus. Dann haben wir hier noch als Deko ein bisschen Poster, Fast-Fürs-Movie-Poster, habe ich auch schon eine Gefraube, wo ich die herbekomme. Einfach raussuchen aus dem Internet und bei PostXXL oder was auch immer, ausdrucken, Bilderrahmen bei Ikea holen. That's it, das ist alles. Dann haben wir hier noch meinen alten Bürostuhl, also wirklich alten Bürostuhl, weil, ich sage mal, was ich mit alt meine, ja, der ist von 6.2 noch gesponsert. Also, der ist wirklich alt an meinen Sponsor des heutigen Videos, wo wir gleich drauf zugehen, Flexi-Spot. Vielleicht habt ihr ja auch noch Bürostühle. Habt ihr vielleicht Bock auf Sponsoring? Auf jeden Fall, der muss dringend mal neu, der ist mittlerweile, aber wie gesagt, ich bin so Team, ja, funktioniert ja noch, aber da gebe ich euch auch ein Punkt recht, der muss dringend mal neu, weil er lustig mittlerweile in seinem Wohlgefallen auf. Und dann haben wir hier unten noch, Egato, Greenscreen, auch wie gesagt, es ist alles von Egato, funktioniert jetzt als Ecosystem einfach so gut, das muss man einfach sagen und das Ding ist dann einfach praktisch, weil es Platzspann ist, stellst du an die Seite, schon hast du kein Greenscreen mehr im Weg, weil klar könntest du auf dem grünen Tuch mal und so kramen, aber es ist halt einfach simpler so. So, dann gehen wir auf den nächsten Schreibtisch zu, ja, es kommen vier Stück, freut euch drauf. Auf jeden Fall, das ist hier einfach mein Ventilator, ihr wisst, es wird gerne mal warm und es kann man sehr gut gebrauchen und das ist mein Sim-Setup oder Sim-Wig-Setup aktuell im Aufbau, muss ich aber sagen, weil ihr seht, das sieht hier noch sehr rudimentär aus. Wir haben hier einerseits ein wunderbar komplettes TrackRacer-Setup, TR 880-50, irgendwie light, also eins der günstigeren, mit dem wunderbaren Bucket-Seed, ich liebe das Ding wirklich sehr, das ist sehr, sehr geil zu drin sitzen, in Kombination mit meinem aktuell genutzten Turtle Beach Velocity Race 1, schönes Direct Drive-Lenkrad. Auf Dauer müssen wir mal gucken, ob das mein Main-Setup bleibt oder ob ich da doch noch gerne ein anderes Lenkrad drauf haben will. Ich muss nämlich sagen, ich war ja am Dienstag bei den Jungs und Mädels von Overtake, die hatten ja eingeladen, dass man ein bisschen die Hardware von Moser testen kann und hat es mir ein bisschen angetan. Mal gucken, was da so in Zukunft kommt, aber da hätte ich schon sehr Bock drauf. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Lenkrad an sich super zufrieden, also das Lenkrad selber, auch die Buttonbox ist geil, Pedale sind so ein bisschen mein Knackpunkt, die haben mich so ein bisschen stört in den Dingern. Dann habe ich hier noch meinen, ja, Thrustmaster-Shifter, den wir im letzten Video, ihr habt es vielleicht gesehen, bei Nohesi zerstört haben. 9, 9, den habe ich gerade wieder aus dem Keller geholt. Ist auch geil, da habe ich ihn wieder 10 Minuten gefahren, ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht repariert bekomme, sonst kommt halt ein neuer. Da gibt es ja auch ein bisschen bessere mit Alternativen. Das Ding ist ja noch recht rudimentär und ist halt oldschool. Dementsprechend. Dann haben wir noch einen BenQ, als Monitor aktuell, einen BenQ Ultrawide, 32 zu 9, müsste es glaube ich sogar sein, den wir hier haben, der auch einfach, wie gesagt, per HDMI-Hub angeschlossen ist, kann dann angesteuert werden und das ist aktuell die Möglichkeit. Ich bin noch, eigentlich hätte ich Bock auf Triple Screen, ist aber hier im Raum vom Platztechnischen nicht so die Sache, auf die ich Bock habe. Deswegen bin ich mit sowas bleiben, vielleicht mit einem extra Mikrofon, einem extra Ständer, dass wir ein bisschen weiter ans Simic noch rankommen, aber damit bin ich ganz nicht happy. Ich würde auf Dauer gerne eher auf das Thema VR gehen, weil das finde ich ein bisschen immersiver. Mein Bruder hat eine VR-Brille und ich weiß, wie geil Simuasing in so einem VR ist und dementsprechend ist das eine Sache, wo ich dann eher investieren möchte als ein Triple Screen, weil der Ultrawide reicht fürs Zocken, fürs Rennspielen. Auf jeden Fall mehr als locker aus, plus fürs Aufnehmen ist es auch simpler, weil ihr mehr vom Bild am Ende habt. Natürlich ist meine Immersion da nicht so krass, aber am Ende mache ich das ja trotzdem hauptsächlich für YouTube und Twitch und da habt ihr ja kein Triple Screen, sondern einen und dementsprechend versuche ich natürlich dann das eher für euch immersiv und schön zu gestalten und dann eher da für mich einen Step zurück zu gehen, weil das am Ende für euch für den Content geiler ist. Da hat dieser Schreibtisch bisher noch nicht so viel Nutzen, außer dass er aktuell der Standplatz von den beiden Konsolen ist, PS5 und die Series X, die hier arbeiten, die auch viel genutzt werden. Ich muss sagen, ich bin ja eh super viel Konsolenspieler und auch in dem Fall wieder ist es halt einfach, weil du weniger Hardware-Power brauchst für eine recht gute Qualität. Die beiden sind so rumgestellt, normalerweise sehen die alles rum schöner aus, aber ich komme so besser an die Anschlüsse dran, falls ich da mal irgendwas umstecken muss, man im Controller laden, das ist für mich einfach so einfacher, vor allem komme ich an die HDMI-Ports. Dann, wie gesagt, der Tisch ist noch kaum genutzt, da werden noch Sachen mit passieren, ich habe noch gar nicht, was ich alles draufpacken will, weil es ist eigentlich für Simracing jetzt gedacht, also kann man hier ein bisschen was verstauen. Wir haben hier noch ein HKS-Handtuch, ein Originales aus Japan, das hat mir Raoul, der hat es mir mitgebracht aus dem Urlaub, also nicht aus dem Urlaub, aus der Bestellung. Der hat in Japan was bestellt und das war mit dabei und ja, das ist sehr nice. Hier drüben auch sehr nice, das hatte ich zwischensichtlich super viel im Hintergrund stehen, ist meine Limited Edition NifoSpeed Hoppursuit Remastered PS4 Pro, die mir von EA damals zum Release von NifoSpeed Hoppursuit Remastered Surprise zugeschickt worden ist. Die wird auch seitdem nicht genutzt, weil der Case super geil ist, das hier sogar richtig eingraviert, also das Ding ist seitdem ein Heiligtum, da mache ich gar nichts mit, das ist einfach nur, ja, das halte ich sehr in Ehren. Hat aktuell gerade wieder keinen guten Platz, weil das Ding halt einfach Platz braucht und ich muss mal gucken, wo ich damit so hingehe. Hier unten drunter haben wir sonst nicht viel, da ist aktuell mein altes Fanatec Setup, alt deswegen, weil der Stecker mittlerweile, der Nettstecker mittlerweile komplett im Arsch ist, aber ja, da vermisse ich so ein bisschen das Formell-Rick, oder das Formell-Lenkrad, weil für das Turtle Beat gibt es noch keine Aufsätze und ja, je nach Rennfahrzeug fühlt sich das ein bisschen weird an, vor allem wenn wir gerade F1 spielen, das ist ein bisschen komischer mit dem Lenkrad, aber ja, das ist halt aktuell nicht mehr nutzbar und da werde ich jetzt auch keine Zeit reinstecken, weil das ist noch kein Direct Drive, ich würde dann schon gerne auf Zukunftstechnik gehen in dem Fall, habe ich ja gesagt, wenn das kaputt geht, dann upgraden wir auch. Dann habe ich hier noch in der Ecke so ein paar Bilder hängen, hier von Fankeld, die Poster, ich finde die einfach vom Arztteil super, super geil, natürlich Traumfahrzeug, F40 muss ja sein, gehört sich so. So, dann gehen wir hier rüber in die wunderbare Zero-Five-Ecke, das ist hier komplett, also einerseits ein bisschen, die Ecke teile ich mir ein bisschen mit meiner Verlobten, wenn die am PC muss, weil hier unten haben wir noch meinen alten PC stehen, der braucht gar keine Hardware-Power, der soll einfach nur arbeiten können, das kann der, da brauchst du nicht viel Dampf für, da kann ich euch nicht mal mehr Direct Daten raus, um keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die Zero-Five-Ecke, die, muss man jetzt sagen, deutlich geiler geworden ist durch unseren Sponsor des heutigen Videos, weil das hier ist nämlich ein höhenverstellbarer Schreibtisch, sowas habe ich da drüben auch, also höhenverstellbarer Schreibtisch sind asozial sexy, aber das ist ein bisschen günstigeres Modell und auch schon älteres Modell, der ist so okay und dann hat mir der wunderbare Sponsor des heutigen Videos Flexi-Spot ihren zugeschickt, das Ding ist ziemlich sexy, wir gehen mal ganz kurz auf die Webseite, ich erkläre euch mal ein bisschen was zu diesem wunderbaren, technischen von Flexi-Spot und was die Jungsmädchen noch so anbieten, weil die haben nicht noch ziemlich andere coolen Sachen und dann gehen wir mal kurz hier zurück an den Schreibtisch. Ja und da sind wir auch schon auf dieser wunderbaren Webseite von Flexi-Spot, wo ihr hier jetzt eine riesige Auswahl an höhenverstellbaren Schreibtischen habt, egal für welchen Nutzen ihr den braucht, ob ihr klappbare Tische haben, ob ihr hier unten sogar ein Eck-Schreibtisch haben wollt, da könnt ihr euch wunderbar komplett frei auswählen und euren Schreibtisch auswählen, der zu euch passt, zu eurer Wohnung passt, zu eurem Raum, zu eurem Setup, was auch immer, da habt ihr auf jeden Fall eine große, große Auswahl, um euch da durchzuklicken. Ihr habt natürlich auch noch weitere Produkte wie Stühle, Sofa-Couches, eben Zubehör für die ganzen Sachen, da auf jeden Fall mal durchklicken, einfach mal einen schönen Blick reingewinnen und in meinem Fall, was ich als aktuelles Modell bekommen habe auf Flexi-Spot ist der E7, E7H, den wir hier haben, den ihr auch in verschiedenen Varianten noch konfigurieren könnt, also jeder Tisch, den ihr auswählt, hat nochmal verschiedene Auswahlmöglichkeiten, so könnt ihr einerseits auswählen, welche das Gestell haben soll, ich wollte natürlich schön schwarz haben, bis zum restlichen Setup passt, könnt noch die Höhenverstellung noch einstellen, die kann nochmal 10 cm höher theoretisch gehen als bei meinem Setup und könnt dann hier unten entweder sagen, ich möchte keine Tischplatte, da brauche ich mir selbst eine für, das ist absolut kein Thema, andererseits könnt ihr eben auch eine Tischplatte wählen und in dem Fall, dann will ich hier zum Beispiel eben wunderbar eine schwarze Tischplatte wählen, damit die auch perfekt zu meinem restlichen Setup passt, weil alles andere ist schwarz, das Holz passt auch perfekt zur Optik, wie ich sonst habe, habe dann hier noch die Möglichkeit zu sagen, okay, die in die Größe brauche ich bei meiner wunderbaren Tischplatte und da habe ich dann zum Beispiel in meinem Fall, ist jetzt der 160x80 geworden, eben passt perfekt zu den restlichen Tischen, bietet sich schön ins Setup ein, kommt optisch sehr, sehr nice und wie gesagt, und ja, jetzt mal zurück zum Video. So, wir haben jetzt das Wichtige gesehen, wie gesagt, die machen ziemlich geilen Stuff, vor allem für einen super guten Preis und in meinem Fall ist das Modell hier vom Schreibtisch wirklich adelsergeil. Erstmal, Zusammenbau ist wirklich kinderleicht, also ich habe wirklich gar keinen Stress hier mitgehabt, es war wirklich super einfach, einzig, was nicht super einfach ist, sondern super schwer, ist das Tischgestell. Holy fucking shit, also wirklich, der Postbruder hat es gebracht, es kam in zwei Paketen, Platte bringe ich so hoch, oh Gott, ich sehe sie entspannt, der hat nämlich gar nicht so viel Gewicht und dann habe ich das Gestell hochgehoben. Holy fuck, das ist massiv, das kippt nicht rum, da könnt ihr an dem Knöpf hier rumspielen, wie ihr wollt, das kriegt ihr nicht ungeschmissen, wenn es einmal steht, aber ist deswegen super geil verbaut. Die haben nämlich die Technik so, normalerweise, viele haben Schreibtisch, haben so eine Drehfeder oder Drehgeschwindel, was auch immer, in der Mitte des Schreibtisches, der dann so hoch dreht. In dem Fall haben wir aber, dass es in den Tischbeinen selber hoch und runter arbeitet, in denen hier, wandert das direkt hoch und runter und könnt dann hier verschiedene Modi einstellen, zum Beispiel, das ist ja jetzt hier gerade Modi 1, wenn ich hier sitze, schön eben mit dem anderen Schreibtisch, aber dann sage ich mir auch so, oh Bruder, heute mal wieder richtig rückenschwärzen und dann drücke ich den hier und dann geht das erstmal schnell und vor allem sehr schön leise einfach hier hoch, auf meine wunderbare Stehhöhe, ihr seht, der fährt, der fährt, Kabelmanagement nicht gucken, wie gesagt, das ist auch hier Katastrophal, dafür kein Flexi-Spot, das ist mein Ding und dann kann ich hier ganz entspannt arbeiten, das ist ziemlich geil, wenn ich dann sage, oh Bruder, heute schon wieder genug gestanden, dann fahre ich hier mal schön diesen Tisch runter und das ist ziemlich sexy und jetzt können wir sich meinen so, aber Lukas, warum will ich denn stehen, wenn ich sitzen kann? Das ist erstmal ein guter Punkt, Flexi-Spot hat natürlich auch geile Stühle, kann ich auch empfehlen, das sollte ich vielleicht auch mal upgraden, aber es geht darum, euer Rücken will sich tanken, ich in meinem Fall habe einen Bürojob gewissermaßen und sitze wirklich super viel, das klingt erstmal bequem, ist für den Körper aber hartkost beschissen, also wirklich, euer Rücken hasst euch dafür, wenn ihr den ganzen Tag sitzt und das ist eine sehr, sehr gute Alternative, ich zeige euch gleich auch vor allem in der Kombination mit was ich noch liegen habe, mit dem euer Rücken wirklich liebkost, das findet ihr super, einfach ein, zwei Stündchen am Tag, nur damit ein bisschen stehen, ein bisschen damit arbeiten und das ist wirklich geil und im Fall jetzt hiervon nutze ich das ja eben für die Position von Stickern und von allem Versandzeug von euch, von CO5 und mir ist aufgefallen, hier ist mein Plotter, ich gehe gleich noch ein bisschen drauf ein, wenn ich hier arbeite, arbeite ich sehr viel mit dem Kopf nach unten, also ich muss ein bisschen den hier machen und das geht über den Rücken, ich habe richtig Nacken- und Rückenschmerzen gehabt, teilweise böse Kopfschmerzen dadurch auch und ja, jetzt seitdem ich den Kollegen habe, für den ganzen Bürokram am PC, da kann ich sitzen, alles gut, aber sobald ich immer ein bisschen mehr hier arbeiten muss dran, fahre ich ihn schön hoch, stelle mich da vor, mache schön eure Bestellung, mache alles fertig für euch und dann geht es erstmal ziemlich schnell raus, andererseits, wie gesagt, spare ich mir schön Rückenschmerzen, was super geil ist, deswegen grüße ich genauso an Flexi-Spot, absolut geiles Teil, wie gesagt, ich bin super begeistert davon, vor allem wie gesagt, im Vergleich zu den anderen, ich habe jetzt mal Vergleiche damit ziehen können, weil der ist okay und der von einem anderen Hersteller, aber ich merke, Qualitätsunterschiede und wie gesagt, vor allem Geschwindigkeit und Lautstärke sind hier wirklich eklatender Unterschied und Stabilität ist alles super, ihr seht, also das Ding wackelt nirgendwo hin, da machst du gar nichts mit und ihr könnt ja ja frei auswählen, habe ich euch auf der Website ja gezeigt, aus Farben und allem drum und dran, also da könnt ihr euch wunderschön dran austoben. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich denn auf diesem wunderbaren Schreibtisch hier draufgestellt habe, weil hier passiert die Magic für SEO5 gewissermaßen, also zumindest die Sticker-Magic, wir haben einerseits hier meinen wunderbaren Laptop mit hier Silhouette Cameo heißt dieses wunderbare Tool und da kann man dann schön Sticker plotten, wie hier zum Beispiel den Asozialsticker und das Ganze funktioniert mit diesem wunderbaren Plotter. Das Ding ist wirklich immer noch absolute Liebe, da ziehst du die Folie rein auf diesen wunderbaren Transferfolien, werden da reingezogen, werden dann geschnitten, absolut geil und kommen dann, ja am Ende so raus, wenn ich sie dann einmal mit der wunderbaren Transferfolie, die da steht, überzogen habe, habe hier sonst auch alles, hier Brief und Pflege, auch Verpackungsmaterial, was wir uns auch neu geholt haben, hier so einen schönen Labeldruck. Kamera bei Gott! Danke! So einen schönen Labeldrucker, damit kann man nämlich schön hier Paketlabel direkt vor Ort drucken, was deutlich entspannter ist, weil man sich einiges an Stress und Arbeit spart mit der Post und so, kann man Sachen direkt vor Ort fertig machen, vor allem mit Sachen, die in Zukunft noch kommen, wir sind vielleicht an einer kleinen Kappe dran, das wird dann direkt hier vor Ort alles gemacht, aber ja aktuell machen wir hier Sticker, den ganzen Versand, wird hier komplett abgewickelt und ja das läuft auf den Schreibtisch und wie gesagt, dann nehmen wir zum Flexisboard auch deutlich rückenschonender, was geil ist, deswegen macht das Ganze auch noch ein bisschen mehr Spaß und ja, das mache ich im Zusammenhang mit dem PC hier noch, gut, ich habe nochmal gestartet, ich hoffe, der hatte den Autofokus irgendwie weggekickt, aber wie auch mache ich das in Kombination mit dem PC ein bisschen, wo ich dann noch ein bisschen größere Arbeiten dran machen muss, dann setze ich mich daran, weil alles am Laptop ist auch ein bisschen doof, aber ja, das ist so auf jeden Fall aktuelles 05 Setup, wobei, wie gesagt, Sticker uns so machen, Kleidung wird ja noch extern gelöst, doch, mal gucken, was sich da in Zukunft so tut, wenn uns das Budget dafür da ist und noch ein bisschen Verpackungsmaterial, alte Kappen, die kommen vielleicht auch mal als Restock rein, mal abwarten, schauen wir mal, was sich da so anbietet, aber ja, damit bin ich selbst zufrieden, dann natürlich hier, anderer PC, wie gesagt, wo meine Verlobte auch mit dran arbeiten kann, hier haben wir den S3 8L Airbag rumliegen, fragt nicht warum, Drucker, brauchen wir halt immer, also immer noch, obwohl ich sagen muss, in meiner Branche, dass es deutlich weniger geworden ist, also ich habe dreiviertel Zeit, brauche ich nichts mehr drucken, das ist alles digital, ist schon geil, muss man einfach sagen, es macht einfach ein bisschen mittlerweile ein bisschen mehr Spaß, ja, soviel auf jeden Fall zu dieser wunderbaren Setup-Ecke, die ist jetzt so ein bisschen dazugekommen, dann habe ich jetzt eben ein bisschen mehr Arbeitsfläche, kann hier mein Zimmelk dran setzen, habe so gewissermaßen, ich sage mal, zwei Arbeitsbereiche schön aufgeteilt, kann das voneinander schön trennen, kann hier schön dran arbeiten und habe für alles den nötigen Platz. Dann haben wir hier noch an der Wand ein schönes Gemälde von Ford 2.4, das kam damals wirklich vorhin, nämlich ich hatte einfach eine Nachricht von der Post und mir wurde ein Paket für sie abgegeben und ja, hat mir Xbox Deutschland das zugeschickt und das ist ziemlich geil, weil es auch komplett glas ist und so, also das ist ein sehr, sehr sexy Gemälde und das hängt auch schon, eine letzte Wohnung hängt hier, das wird auch immer seinen Platz bekommen, auch nebenbei dieses wunderbare Gemälde, das ist noch vom Bördersee 2019, glaube ich, muss es gewesen sein, wo ich mir zwei wunderbare Strafstelle reingeholt habe, die drei sogar, schön, es waren drei, bin ja kein Kleinkrimineller, wenn dann richtig illegal, auf jeden Fall, ja, schöne Erinnerung, mehr oder weniger, war gar nicht so kostschubig, ich muss es mal fairerweise sagen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Hintergrundgedöse, nebenbei hier liegt euer ganzes CO5-Zeug, was zurückgeht, wir haben ja auch, natürlich, wenn irgendwas nicht passt oder euch nicht gefallen hat, nehmen wir natürlich auch zurück, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil Leute, die wir gefragt haben, hier von der Lär in der Kollektion kommt mal Sachen wieder, damit können wir auf jeden Fall restocken, also es wird dann auch restocks geben, keine Sorge, die kommen. So, bestimmt, bevor wir hier vorangehen, kurz mal bup auf das Ding da, weil das ist, ja, ich glaube, sehr bekomme ich mir sowas mal gekauft habe, von Kuiper, so heißen sie, das ist ja jetzt kein Sponsoring, ich weiß nicht, ob es Laufband zählt, kann es da reden, auf schnellste, ich glaube, 6 kmh gehen, laufen, was auch immer, aber ich nenne es mal ein G-Band und das ist in Kombination mit dem da hinten, einem Stehschreibtisch, Peak, was ihr in einem Büro haben könnt, ich sag euch, wie es ist, das ist wirklich die Kombination, die euer Leben verändert, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich so, du stehst und bewegst dich noch und kannst währenddessen arbeiten, ich nutze das Ding wirklich regelmäßig abends, vor allem, wenn ich meine Videos aufgenommen habe, Videos auf in den Tüchern sitzen, aber wenn ich dann Videos schneide oder noch ein bisschen Bürokram habe oder Steuererkram, ja, selbstständig sein in Deutschland ist geil, dann nutze ich das Ding meist, stelle mir das da vor, ich laufe jetzt nicht mit 6 kmh meistens, aber meistens bis 4 bis 5, ganz entspannt und schneide das Video, kümmere mich ein bisschen um Bürokram und stehe währenddessen und laufe währenddessen und wie gesagt, das ist voll geil, weil ich normalerweise keinen Bock auf Sport habe, aber das dadurch passiv passiert, also ich arbeite eh und dann kann ich auch gerade einfach, wenn das ein bisschen gehen, das ist wirklich, also wie gesagt, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, macht hier viel Büroarbeit, holt euch einen Stehschreibtisch, ich mache gerne vom Flexisport, andererseits holt euch so eine Laufbahn, ich sage euch, wie es ist, das ist wirklich, das ist geil, es ist wirklich, wie gesagt, ihr müsst darauf nicht rennen, man geht dabei wirklich nur, du gehst ganz entspannt, aber das ist schon Bewegung, die der Körper derzeit nicht bekommen würde, ich sage euch das, das ist wirklich, also wirklich für mich ein Gamechanger. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Deko-Kram, weil hier ist es ganz schön viel am Happenland. Wir haben einerseits hier ein wunderbares Jersey oder Trikot von Dirt 5, das habe ich damals von Komas bekommen, supergeil. Dann haben wir diese Ecke hier, die für mich, muss man sagen, wirklich sehr viel bedeutet. Wir haben einerseits hier ein Original-Untergeschritt, entschließendes Hooligan-T-Shirt von Cam Block und auch hier noch seine Unterschrift von der Gamescom 2015, müsste es gewesen sein, mit Need for Speed, da haben wir auch das Ding herbekommen und hier auch noch die Unterschrift von Magnus Walker. Ja, wie gesagt, das ist ja meine Heiligtum, muss ich fairerweise sagen, wenn da was reinkommen würde, wäre ich noch mein Leben nicht mehr froh, wenn ich ehrlich. Dann haben wir hier, jetzt noch ein bisschen weiter, ein schönes Gemälde von meinem Subaru, habe ich von meinem Vater zum Geburtstag bekommen, auch super nice. Dann hier Need for Speed Rivals, ein schöner Pub-Aufsteller, wer sich fragt, wo ich den herbekommen habe, aus dem Kölner Cynodom. Also, um mal kurz zusammenfassen, wie das passiert ist. Man konnte damals zu Need for Speed Rivals zu Belize, gab es eine Möglichkeit, das Ding im Cynodom auf der Leinwand zu zocken. Man musste sich dafür einfach bewärmen, dass man da reinkommt. Ich wurde nicht gewählt, weil ich Need for Speed Rivals in den Zeitpunkt gemacht habe, weil da war ich noch nicht so eine große Nummer, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber bin ich ja jetzt auch nicht mehr, aber damals, egal. Und habe mich da beworben und zusammen mit dem Michael vom P1-V, beziehungsweise jetzt von Overtag, sind wir beide da eingeladen worden und haben dann auch allein mal zocken können mit Felix von der Laden unter anderem, was auch ganz cool war. Auf jeden Fall konnten wir da zocken und das waren natürlich dann so Deko-Objekte, die da in der Ecke standen und dann war es nicht mehr vorbei. Dann meinte ich so, will die noch jemand haben? Und ich natürlich so, ja, und 3, 2, 1, da sind wir jetzt und ich habe das Ding quer durch Köln getragen. Es wiegt nichts, natürlich nur Pappe, aber die Straßenbahnhof nicht mehr. Ich bin damit quer durch Köln gelaufen, das war wirklich eine Erfahrung wert, aber ja, das Ding habe ich seit 2013 ist das gewesen, 13 müsste es sein, das ist auch schon 11 Jahre alt, das Teil. Ja, und dann hier noch eins unserer Dreams-Poster. Für Fotos muss ich dir immer einen Rahmen, da haben wir hier eins stehen, draußen im Flur, bei uns hängt das von Memories. Also, ich bin schon sehr stolz auf die Sachen, die bei uns auch wirklich als Deko bei uns im Hausflur und im Wohnungsflur. Da haben wir hier noch Forza Valley Adventure, Forza 5 Valley Adventure. Ich war ja nicht so mega begast von dem DLC, muss ich leider sagen, aber da gab es diese wunderbare geile Box, die es dabei gab mit eben unter anderem diesen AC-Car. Super nice, muss man sagen. So, und jetzt kommen wir an diesen wunderbaren Teil hier. Wir gehen mal alles ein bisschen durch. Wir machen mal hier eine schöne Reihenfolge. Wir haben hier ganz viele Hangtags, ich habe keine Ahnung, was wir hier alles haben. Wir haben Gamescom. Letztes Jahr müsste es, glaube ich, sogar gewesen sein. Letztes Jahr, das ist ja das letztes Jahr. F1, 21, dann haben wir hier vom Event mit Forza in Goodwood einen Tag. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Wollen wir noch Gamescom? Ja, das war alles ganz geil. Dann haben wir hier unseren wunderbaren Pokal. Dritter Platz für den Modus Bar 7 Champion. Damals mit dem Haider. Hier, Stewie McReady, die ganzen Spitzen haben die ich von ihm bekommen habe. Könntest du bitte nicht flackern, das nervt mich, Digga. Hör auf jetzt! Das ist der Pokal, den wir bekommen haben. Dritter Platz sind wir da geworden. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. War auch ziemlich geil, in den Windkanal vor Ort zu zocken. Muss ich sagen, das ist schon ein Erlebnis gewesen. Schöne kleine Tetris Lampe, die ist auch schon ewig alt. Subaru Modell, dann haben wir hier, natürlich immer noch, wo ich auf dem Asozial stolz drauf bin, der 100k YouTube Play Button. Das ist natürlich, wie gesagt, immer noch unwirklich, muss ich auch sagen. Oder es ist immer noch unwirklich, dass ich den Scheiß jetzt berufen mache. Muss man gar nicht darüber diskutieren. Das ist immer noch so real. Dann vor Saison 5 gab es hier diesen wunderbaren Benzinhalister mit ein bisschen Inhalten. Der war echt ganz cool, muss ich sagen. Da war vor allem ein Kennzeichen drin, was ich in der Halle hängen habe. Noch ein bisschen hier. Man merkt, ich gehe zu oft zu Blubix. Das ist wirklich ein Laden, der mir nicht gut tut. Das ist wirklich, ja, das Ding hat mich aber abgefuckt, mein Bauern. Ich sage euch, dass ich nie wieder so klein scheiße das mache, das macht mich wirklich kirre. Aber ja, Blubix ist ein super guter Laden, kann ich nur empfehlen. Dann auch immer einfach dann, ich glaube, letztes Jahr zum Beispiel bekommen, dieses wunderbare LPN5-Schalt, eingebrannte Holzschild. Super geil. Dann haben wir hier meine Need for Speed Corner. Also die ist wirklich, ich bin Need for Speed Ultra, ihr wisst es ja. Unbound, Heat, Payback und 2015. Danke auch nochmal an EA für die Möglichkeit, das zu bekommen. Dann habe ich mir hier, wunderbar, die Pumas müssen sein, die for Speed Heat Pumas gekauft. 140 Euro einfach nur, damit sie mal am Regal stehen. Ich habe wirklich ein Problem, ich sage, wie es ist. Hier haben wir noch Money. Vielleicht kommt Money bald wieder zurück. Mal abwarten, wartet mal ab. Hier auch das Balacaba oder wie auch immer das Ding heißt. Sturmmaske, die es mal Unbound dabei gehabt. Dann gab es einmal zu Weihnachten als Geschenk von Xbox Deutschland dieses wunderbare LED-Xbox-Logo. Das ist halt super geil, als Hintergrundbeleuchtung. Finde ich super nice. So, und dann haben wir diese Modellautos noch hier vor. Das Ding ist ja für einen Teil der Special Edition von Need for Speed Heat gewesen. Die drei sind von AliExpress. Ja, was soll ich sagen? Die gibt es bei AliExpress, gibt es die, weil Need for Speed irgendwie nichts damit macht mit der Marke, um das Ganze zu nutzen finanziell. Ich weiß nicht, wie sehr das hier alles lizenztägisch korrekt ist, aber das soll mir egal sein. Bei mir stehen sie jetzt. Ich bin nicht das Problem. Wir haben hier Acele-Programs 92er, dann einen M3 E640 GTR und den Skyline aus 2015 Need for Speed von Audi. Die gibt es auch in der Livery aus Underground 1, aber es gibt kein Model mit dem originalen Bodykit. Deswegen habe ich mich dann lieber mit der passenden Livery entschieden, weil die andere Livery sehr ein bisschen out of place aus. Aber die sind super geil, vor allem auch der 190er hier. Der ist halt auch detailtechnisch. Der ist richtig sexy, muss man sagen. Also das ist wirklich eine Nummer, vor allem für 1,64 sind die Dinger extrem geil modelliert. Wie gesagt bei AliExpress, ich kann euch die Links mal unten reinpacken. Die Dinger sind wirklich super, super geil und ja, ich werde die Hälscher hier auch nicht in den Boxen lassen, sondern ich werde mir hier so eine 1,64 Garage hinstellen, weil da gibt es noch so eine Beleuchtung und so Kram. Das sieht dann glaube ich auch in Zukunft in den Streams und wie ist es ziemlich ganz geil aus, weil so gehen sie ein bisschen unter. So, dann haben wir hier noch von Holi, die haben ja ein bisschen Jubiläum gehabt. Da gab es diese wunderbare Special Edition Boxen mit den limitierten Karten und so hier in Bronze mit dem Tiger. Einer meiner absoluten Lieblingssorten. Da muss ich auch nochmal natürlich sagen, danke an Holi sagen für das jetzt schon einige Jahre lange kooperieren. Wirklich geil und auch vielen Dank an euch, die sich den Stuff gönnen. Support den Channel wirklich insane. Ihr glaubst gar nicht, wie ihr mit den Käufen das Ganze hier am Leben haltet gewissermaßen. Deswegen vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier noch zwei Fast and Furious Fahrzeuge. Einmal den Dodge Charger Daytona von Dom. Hier haben wir noch den Challenger aus Fast and Furious. Eine kleine Nussflasche. Eine Sache, die ich mir, wo habe ich die geholt? In Berlin, glaube ich. Die habe ich mir in Berlin geholt. Da war ich bei Overtake, bei Nitro Nights, oder wie hieß es noch, wo sie im Studio waren. Und da waren wir abends noch mit dem, zu Grand Turismo war das, zu Grand Turismo war das. Da waren wir abends noch mit dem René und dem Valerio, der auch Grand Turismo-Fahrer ist, im KDW in Berlin und haben uns Pokémon gekauft. René dachte auch erst, die Anfrage kommt komisch, wenn er uns so fragt, weil er meint so, hier, ich wollte heute Abend noch ins KDW Pokémon-Sachen gucken gehen. Habt ihr da Bock drauf? Und ich glaube, er hat nicht gerechnet, dass ich sehr euphorisch darüber gewesen bin. Hab ich mir da gekauft. Finde ich super cool. Dann, ja, hab ich mir auch geholt mal irgendein kleines Model vom Dom Toretto's Haus hier. Zu der Supra und dem Charger drauf. Das gab es, glaube ich, bei Otto.de oder so. Das kostet doch nicht 30, 40 Euro, aber ich finde es halt einfach nur cool anzusehen. So, dann geht es hier weiter mit ein bisschen Controller-Action. Hier haben wir den Horizon 5-Controller. Ich muss sagen, der geilste Controller, den Xbox so rausgebracht, optisch. Ich nutze ihn halt nicht, weil er auch geil weiterhin aussehen soll. Dann hier vom Thrustmaster, den Controller, mit dem, wo man ja hier dieses Lenkrad reinkommen kann. Schönes Gimmick. Ich bin aber, wie gesagt, immer noch kein Fan von dem Ding. Es ist ganz cool, aber ich kann damit nicht fahren. Dann haben wir den Interferse, die Furious Evo in noch einer anderen Livery. Hier in einer leicht abgewandelt Variante. Ein paar weitere Model-Fahrzeuge, die wir über die Jahre bekommen haben. Das haben wir bei dem Porsche-Event bekommen. Das haben wir bei dem Event mit dem Eclaren Senna vom Forza Horizon 5 bekommen. Den Trabi habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, meine ich. Und die S13 habe ich auch von Need for Speed geschenkt bekommen. Damals hatte ich meine S13 noch. Und ja, ich meine, immer noch bitterlich. Verbracht mich bitte nicht. Bitte nicht die Wunde aufstoßen. Danke. Dann noch ein bisschen weiter in die Speed-Action hier vom RU212 und 12. Eines der Modellautos, wie es gab. Es gab ja ein Polizeivazirk. Das hat mein kleiner Bruder. Ich habe hier in dem Fall den ersten Martin. Noch ein bisschen Holi. Und dann unten haben wir ganz schön Papierkram. Weitere Folie, Technik-Kram. Hier noch ein paar Boxen. Video. Jetzt kommt es zu dem Ding auch noch hier. Das Logitech G-Cloud. Absolut geiles Mobile-Gerät, muss man wirklich sagen. Kommt noch ein Video zu. F40-Model, also auch von Brubix, aber egal. Sammlung von Kontrollern. Hier noch eine PS4 Pro und meine PS3 Slim. Und auch hier drin ist der PS5 Pro-Controller. Den nutze ich aber auch kaum, weil auch teuer und den Gewicht nicht abnutzen. Das ist wirklich schlimm. Aber ich versuche Sachen immer irgendwie zu halten bei so Kontrollern. Das Ding ist insane geil. Auch wenn er ein bisschen teuer ist, muss man sagen. Aber dann genau auch nochmal an Sony fürs Zuschicken. Ja, und dann haben wir hier noch von vor der Dirt 5 die wunderbare Collectors-Box und hier, kennt ihr vielleicht auch noch, meine kleinen Driftfahrzeuge. Die haben wir hier auch noch drin. Die haben aber seitdem bei mir nicht so viel Verwendung bekommen. Leider Gott, das muss man sagen. So, aber das soll es, denke ich mal, gewesen sein für diesen kleinen, wunderbaren Einblick. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke auch für den Flexi-Spot für das Sponsor in nächstes Video. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir sind es auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Mal gucken, ob es die noch was tut. Dann gibt es nochmal Update. Ich denke, wenn wir beim Simpik noch was machen, update ich euch nochmal, weil jetzt sind wir ja auf einem guten Stand. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen sehr schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.